Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sehen uns gemeinsam an, wie du in SAP dir ganz einfach Datensätze in Tabellen ansehen und auch filtern kannst. Damit ersparst du dir eine Menge Zeit in der täglichen Arbeit bei der Analyse. Die Datenbank, zunächst sei erwähnt, besteht aus einer Masse an unterschiedlichsten Tabellen, in denen jeder Beleg, jedes Stammdatum, jede Aktion akribisch abgespeichert wird. Und genau das werden wir uns mit der folgenden Transaktion ansehen. Und zwar verwenden wir die Transaktion SE16. SE16, auch Data Browser genannt, bietet uns eine Eingabemaske für die entsprechende Tabelle. In diesem Fall habe ich bereits eine ausgewählt und möchte hier nach Bestätigung mir mal die Anzahl der Datensätze in dieser Tabelle anzeigen lassen. Aus diesem Grund klicke ich hier und bekomme als Ergebnis 194 Datensätze. Wie wir hier auch sehen, kann ich bereits in der Eingabe die Tabelle entsprechend nach Mandant, Materialnummer, Sprache und so weiter filtern. Auch die Ausgabe, wie viele Datensätze sozusagen hier maximale Trefferzahl ausgegeben werden sollen. Ich kann hier diese auf 100 einschränken. Wenn das für mich in Ordnung ist, führe ich das aus und erhalte nun entsprechend das Ergebnis dieser Tabelle. Sprich, hier sehen wir die einzelnen Datensätze in der Tabelle. Wir können auch neben dieser Transaktion noch eine Weiterentwicklung von diesem Data Browser uns ansehen, welches noch eine nettere und auch eine Filterungsmöglichkeit bietet. Dazu gehe ich nun einen Schritt zurück und wechsle in das Programm SE16N und dieses nennt sich hier allgemeine Tabellenanzeige. Wir befinden uns wiederum in der gleichen Tabelle. Theoretisch könnte ich hier eine andere Tabelle verwenden. Und auch hier kann ich wiederum die maximale Trefferzahl angeben, in unserem Fall 100. Und habe auch hier eine etwas einfachere Eingabemöglichkeit der entsprechenden Filterungen für die Abfrage. Auch hier gibt es die Anzahl der Einträge wiederum. Und ich schlage hier vor, wir sehen uns das Ergebnis in diesen Weiterentwicklungen von der SE16N an. Wie wir sehen, haben wir nun entsprechend die einzelnen Datensätze. Man kann diese auch natürlich entsprechend exportieren. Dazu einfach mit einem Rechtsklick auf Tabellenkalkulation und dann kann ich angeben, dass diese exportiert werden sollen. Darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit der Filterung. Und zwar kann ich hier beispielsweise die Materialnummer einschränken und zwar mit einem Rechtsklick. Und wähle dann Filter setzen aus. Dann erhalte ich nun diesen selektierten Wert. Ich könnte diese noch erweitern, zum Beispiel auf die Materialnummer bis 14. Bestätige mit OK. Und erhalte nun von dieser Tabelle jene Materialnummer, welche ich als Filterung angegeben habe. Kurzum seht ihr, dass ihr mit diesen beiden Transaktionen Tabellen euch näher ansehen könnt und auch analysieren könnt und dadurch natürlich viel Zeit erspart. An dieser Stelle bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal wieder.